So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich will ganz vorsichtig dieses Video jetzt am Samstag aufnehmen für Sonntag, weil ich am Sonntag nicht streamen werde. Jonas wurde ja am Mittwoch operiert, Donnerstag durfte ich ihn abholen. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, deswegen werde ich am Sonntag auf den Stream verzichten, dass Pupsi nicht ganz alleine mit ihm ist, sondern wir uns zusammen da kümmern können. Und deshalb gibt es natürlich hier ein kleines Infovideo. Ich habe zwar immer noch den blöden Menki Community Day aufgenommen, der eigentlich für Donnerstag sein sollte, aber den müssen wir jetzt auf Montag verschieben oder so. Wundert euch also nicht in dem Video, was dann gesagt wird. Das ist alles irgendwie aus der Vergangenheit in die Zukunft geredet und passt dann trotzdem nicht mehr. Das, der Forschungstag mit Makabaya und Gala Makabaya ist ja aber auch noch vor dem C-Day mit Menki, wurde aber später angekündigt, aber Menki ist ja fast in einem Monat erst und das ist jetzt noch im Oktober, deswegen müssen wir natürlich Makabaya vor Menki raushauen. Das ist immer totales Chaos und verworren und zwischen dem ganzen Gebambel merkt sich ja eh keiner, wann was ist und wie und wo. Man müsste bei mir nur auf die Videos gehen, da sieht man ja in der chronologischen Reihenfolge meistens, wann, was, wie, wo ist. Im Spiel steht es auch immer überall, aber ansonsten fragt im Fanshade, fragt in YouTube, fragt in Kommentaren, fragt in Schilling, was weiß ich. Forschungstage sind ja sowieso immer so ein Ding. Früher, naja, danach super genial während der Corona-Phase, habe ich ja schon mal gesagt, dass einfach jeder Seiten hatte zum Abarbeiten und dann war es das. Also jeder hatte die gleiche Anzahl an Begegnungen, an Aufgaben. Das war fair, meiner Meinung nach, aber es ist ja nach der Corona-Phase wieder so geworden wie vor der Corona-Phase. Also du musst rausgehen und Stops drehen, um an dem Stop die Aufgabe zu kriegen. Und wer halt nur drei Stops hat in seinem Kaff, der hat halt nur drei Aufgaben. Es wurde manchmal dann so gemacht, dass nach einer Stunde sowieso es dann nochmal Aufgaben an dem gleichen Stop gab, so wie das ja bei Raiddays auch ist, statt drei Stunden an dasselben Arena der Raid. Dass drei Stunden lang Raids da kommen, im Stundentakt, also drei Raids an einer Arena. Das klingt schon wieder kompliziert, vielleicht soll ich auch nicht so weit ausholen. Aber ja, ich finde trotzdem, das mit der Liste war besser, denn um die Aufgaben zu lösen, musste man ja trotzdem zum Teil rausgehen und rumlaufen. Aber musste nicht ewig laufen, bis man irgendwo mal einen Stop hat, sondern konnte einfach mit den Pokémon auf der Route, wo man gerade läuft, die Aufgaben erledigen und dann auf die nächste Seite. Und das war halt besser, da hängt auch keiner hinterher oder hat was anderes, also aber so machen sie es ja nicht mehr. Makabaya, Galamakabaya, die passen auf jeden Fall zum, äh, zu Halloween, passen zum Oktober, genau, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das heißt. Denn Natururin macht sich langsam in mir breit, glaube ich. Macht euch bereit für einen wahrhaft geistreichen Forschungstag mit Makabaya und Galamakabaya. Die sind als Shinies sehr selten gewesen, damals konnte man auch schwer rankommen. Jetzt die Chance also, wer noch kein Shiny hat, euch Shinies zu sichern. An Forschungstagen hat man da mittlerweile ja gute Chancen, genau wie an Community Days. Das Ding findet am Samstag, den 19. Oktober von 14 bis 17 Uhr statt. Ich würde da natürlich wieder das zocken und euch die Ausbeute zeigen und gucken, was halt da so drin ist. Pokémon des Tages, Makabaya, Galamakabaya. Ja, diese kombinierten Days sind ja sowieso interessant, wäre jetzt nur eins von beiden drin und das andere kriegt einen extra Tag, dann wäre das, da würden die meisten wieder ausrasten. Aber so rasten sie nur einmal kurz aus, weil sie ja trotzdem Abwechslung haben. Und es gibt ja auch wilde Pokémon, die man fangen muss, um die Aufgaben zu erfüllen und an die Makabaya-Gang ranzukommen. Die Chance auf ein Shiny ist natürlich erhöht im Quest Day. Wilde Pokémon, die in der Zeit spawnen, die ihr für die Aufgaben fangen könnt, dann Tragosso, Zickzacks, Galazickzacks, Zwirrlicht und Schildarus. So, Tragosso, ja, cool, Zickzacks, naja, Galazickzacks, auch cool. Zwirrlicht, cool. Schildarus ist wahrscheinlich das Nützlichste von allen, die hier stehen. HBL, na gut, Galazickzacks, Barrikadaks, ist ja auch nützlich, wenn man es jetzt aus der GBL sich betrachtet, aber die habe ich ja nicht, ich spiele kein GBL. Und ansonsten, finde ich, passen die meisten natürlich auch zu Halloween, zu dem Event, zu dem ganzen Rest. Was ist euer Liebling davon? Auf jeden Fall kann alles Shiny sein, ne, nicht nur das, sondern das auch. Es gibt wieder eine kostenpflichtige, befristete Forschung, denn neben den ganzen Aufgaben, die ihr so löst an den Stops, könnt ihr euch mit einem Ticket für 2 US-Dollar, was ihr natürlich auch an Freunde verschenken könnt, wieder Seiten kriegen, wo dann dort steht, löse 3 Aufgaben, löse 10 Aufgaben, löse 30 Aufgaben und so weiter. Wird wieder eine Liste sein und wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr da nochmal Begegnungen, direkt sozusagen aus einer Quest, auch nochmal mit Mindest-IV, wo dann auch häufig ein Shiny noch mit dabei ist oder eben auch ein Hunderter oder so, also kann man machen, muss man nicht, hat man ja wild die Möglichkeit. Wenn das natürlich mir wieder gegeben wird, dann würde ich das auch erst im Ausbeute-Video abholen, um euch zu zeigen, was da bei mir drin ist. Also auch da Makabaya, Galamakabaya drin. Avatar-Artikel, da habe ich noch gar nicht geguckt. Der folgende Avatar-Artikel ist ab dem 15. Oktober, wann findet das Ding statt? Der Day ist am 19. Oktober, ab 15. Oktober gibt es erstmals im In-Game-Shop die Lucario-Maske. Die, wo gab es die denn? Die gab es auch aus, ich glaube, die gab es mal mit einem Ticket zu irgendeinem Event, wenn man das hatte, konnte man am Ende die Lucario-Maske kriegen, das fanden die Leute cool, ich finde, das sieht total dumm aus. Aber wie immer mit Tickets kriegst du Sachen meistens nur so ein bisschen früher, weil wie ihr seht, jetzt könnte das, na gut, im In-Game-Shop, das heißt, da musst du die ja trotzdem kaufen. Vergesst einfach, die Lucario-Maske, die ist nach wie vor Dreck. Wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne rein, wie wenig Dreck bei euch da dran ist. Ab 15. Oktober könnt ihr außerdem die folgenden Avatar-Artikel im In-Game-Shop erwerben. Solga-Leo-Maske, Makabaya-Maske, Festival-Maske von Pikachu und Evoli, Pikachu-Schutz-Maske, Subiris-Schutz-Maske, Banette-Schutz-Maske. Ich dachte eigentlich, die gab es auch schon, Banette-Schutz-Maske. Ist das nicht wie so ein Mundtuch da, also so ein, ja, eine Corona-Maske für, weiß ich nicht. Ich dachte, sowas gab es schon, aber vielleicht verwechsel ich das auch. Ansonsten war es das, mehr gibt es nicht. Wieso gibt es keine, ähm, Showcases? Das ist doch Samstag. Hätten sie doch trotzdem Samstag auf Sonntag Showcase machen können mit Makabaya und Galamakabaya. Das wäre doch cool gewesen. Ich, ja, finde die Pokémon passend zu Halloween. In der Halloween-Season hat man sowieso gute Laune und freut sich auf alles. Deswegen freue ich mich natürlich auch auf den Forschungstag. Guck mir die Ausbeute an. So extrem wichtig ist das jetzt nicht, nützlich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich da noch alles wegschicken, was dabei raus, äh, rumkommt. Von jedem den Shiny behalten, falls mal jemanden im Trade eins braucht oder so. Aber ansonsten, ja, kann man da gemütlich rangehen und sich einfach dann mal gucken, äh, was kriegt man denn an dem Tag. Aber es geht wieder mal um nichts bei mir. Deswegen alles chillig. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr euch das Ticket kaufen? Habt ihr Bock auf den Forschungstag? Und habt ihr schon beide Shinies? Braucht ihr noch eins? Schreibt es rein. Peace out for how to. Euer Ramses. Peace out for how to. Peace out for you.